ARD Text im Auftrag von Funk Du siehst gut aus. Du siehst toll aus. Was hast du so gemacht? Ich zeig's dir. Ich habe eine genetische Sequenzierungsplattform entwickelt, die normalen Menschen Superkräfte gibt. Könntest du mir einen Gefallen tun und fass hier nichts an. Babababababab. Nein! Ah! Um Gottes Willen, Lydia. Weißt du eigentlich, was du da getan hast? Du hast dir gerade das einzige Mittel für Superstärke spritzen lassen. Alles an dir wird stärker werden. Oh, ich bin die Allergrößte! Ich habe mir die Leiste verstaucht. Habentussende Leiste? Was ist deine Superkraft? Unsichtbarkeit. Das ist der Wahnsinn. Mal sehen, was wir mit diesen Kräften anstellen können. Ihr bleibt schön ruhig, dann passiert euch auch nichts. M, hör auf! Sein Blut wird gleich anfangen zu kochen. Oh Mann! Bitte filmen Sie nicht, das ist keine Absicht! Thunderfrosse wird die Stadt retten. Zum ersten Mal in der Geschichte kämpfen echte Superheldinnen gegen das Verbrechen. Ich bin gnadenlos. Aber es gibt auch eine neue Art von Verbrecher. Diese Stadt verdient, was auf sie zukommt. Oh Mann! Showtime! Oh Gott! Wir brauchen einen anderen Wagen. Ja. Wieso können wir zwei Tusten in ihren 40ern nicht aufhalten? Was stinkt denn hier so? Was sind die Anzüge? Wir können sie nicht waschen! Lydia nicht! Du wirfst jetzt nicht diesen Bus! Ich verstehe dich nicht, weil ich dabei bin, einen Bus zu werfen! Tut mir leid, das wollte ich nicht. Und was sind Sie? Man könnte denken Krebs, aber ich bin Steinbock, Ascendent Widder. Ja, und da sind die Besten. Das war krass. Einhorn. Eine ... Nichts. Und das war krass. Vielen Dank.